Ja, ne? Kriegen wir sie alle kaputt? Fährt jetzt natürlich. Geil! Bomben, Trommel, Feuer! Yay! Das war so einfach. So, jetzt können wir mal gucken, was da noch so fein steht. Ähm. Bleh. Ähm, da. Eine experimentelle Technik, die den Feuerlauf mit mehreren Patronen überlädt, die in schneller Folge abgefeuert werden. Wurde als ein Marine... ach, Marine-Manöver für augenscheinlich aussichtslose Situationen entwickelt. Was ist hier? Wie die Lante. Gut. Ja gut, dann brauche ich den ja gar nicht mehr. Dann kann ich mir jetzt auch was anderes... Was haben wir denn noch? Nehmen wir mal hier den Stab. Der Schleicher. Ähm... Schleicherstreich. Nehmen wir mal, war das da? Mir egal. So. Birsteingrube. Splittergeordnet. Einst gab es viele solche Schätze in dieser Quelle von Celandias Wohlstand. Fliegen! Wir sind nicht noch mal so ein... Ups. Der macht ganz gut Schaden, der hier, der starb. Hab ich ihn so gewendet? Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, guck mal hier. Bistolehrer haben wir auch abgeschlossen. Nice. Kann ich mir nachher schon wieder eine andere Waffe nehmen? Ach, der ist gar nicht gegen mich. Was ist der denn da am abbauen? Boah! Ja, jetzt auf einmal böse oder was? Ups. Wie lade ich nochmal nach? Ach. Okay. Die Quarren kam mit einem Lifetime supply of Windbags. Windbags smaller than the naked eye can see, nesting in those rocks. Oh Gott. Mit dem Stab komm ich nicht so geil zurecht irgendwie. Ich mach dir gar nichts. Ich mach dir gar nichts. Gut. Was muss ich denn hier umschalten? Ich möchte eigentlich noch gar nicht umschalten. Was ist denn hier so komischen Krach? Oh, ja gut, dann ich schalt mal um. Okay. Ist das jetzt ein Rätsel, oder? Ah, okay. Ich muss den umschalten. Oh nein, das wird irgendein Rätsel. Ich bin zu doof für Rätsel. Oh Gott. Ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwas auf Zeit machen muss, oder so. Stirb. Ja. Okay, hier geht's nirgendwo weiter. Ich bin grad irgendwie sehr still, fällt mir grad auf. Ähm. Ich hab jetzt übrigens Ferien. Schule läuft ganz gut. Könnte ich mal vielleicht so sagen. Da komm ich nicht durch. Ähm. Jo. Das kommen alle hier durch. Das sind doch nicht ganz so viele Assis in der Klasse, wie ich zuerst dachte. Okay. Stirb. So. Ähm. Dann machst du mir nix, oder? Mach dir ja auch nix. Du kannst da ruhig schön weiter arbeiten. Mach dir doch schön dein Ding. Ich störe dich. Und hier gibt's anscheinend ne neue Waffe. Weil hier ist ein Waffenwager. Ja. Dann hier auch mal auf. Okay. Hier könnt ihr es schaffen. Ich störe euch nicht. So. Wo gibt's hier die neue Waffe? Wo gibt's hier die neue Waffe? Wo ich da grad auf dem Kistchen war. Aber hier gibt's jetzt nix mehr, oder was? Okay. Ich heil mich mal grad ein bisschen. Okay. Und das wird jetzt schätze ich mal Dinger bewegen. Ah. Okay. Mach das mal kaputt. Genau. Ah, der ist jetzt doch nicht... doch nicht mehr böse. Komm ich jetzt hier irgendwo anders hin? Nö, ne? Nö. No. Ah. Ich habe eine Nachricht bekommen. Hat man vielleicht ganz, ganz leise gehört. Okay, komme ich hier durch? Ja! Soll ich hier durchkommen? Weiß ich nicht! Das ist der Arsar-Question! Aber hier komme ich nicht weiter. Oder? Tüdülü! Uiuiui! Habe ich das hier oben schon benutzt? Okay, oder? Ich bin jetzt etwas zu verwirrt Mein Weg Hm Oh, Entschuldigung, mach das ruhig kaputt Das ist sehr nett von dir, lieber Fuzzi Fuzzi Muss ich hier nicht ernsthaft überlegen Ne, muss ich nicht, zum Glück Ja, mach den ruhig kaputt Ist sehr nett von dir Ach komm, leck mich doch Ähm, heilen wär nett Ich kann gerade auch nochmal nachladen Yeah Ich habe keine Ahnung, was das für ein Lied ist Das habe ich mir gerade ausgelacht Hier ist nix Ich glaube, die Schwänze wären nicht das Schlimmste hier Ich habe hier Ja, ja Das ist so ein Lied Ich habe hier einen Lied Es geht an, wenn ich das so ein Lied Es geht an, wenn man nicht Das ist so ein Lied Ich habe hier 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 his big fat bum is playing it up too so is the kid nice! my fester so here lag irgendwo was rum, da oben genau